sehr schön kommen wir in den knopf irgendwie dran die haben wir einen schemelhocker nicht nur eine glasflasche wenn wir die behutsam hier hinpacken wenn wir die behutsam hier hinpacken kann man die vielleicht benutzen ich glaube nicht dass das klappt ja gut wirft das glas zu spät ich komme hier irgendwie an den knopf dran noch ein bisschen sullizid begehen damit war das glas kriegen das wäre eine idee gewesen mit dem glas gar nicht so blöd da steht noch ein ersatz glas sehr gut gut dass wir hier ganz oben auf dem schrank drauf sind ja gut haben wir noch einen ersatz ersatz für das glas einsatz für das ersatz glas du musst noch was mal besuchen genau vielleicht gezielt und wo was neues erfahnd ein faden wurde ich dran an die stauffer jetzt können wir es mit dem glas mal probieren na komm wirf hat nicht geklappt ich habe nicht mein klösser und schade die unbefriedigend ich glaube wir müssen da hoch ist da nicht ohne grund sehr schön da ist der sound wieder nein 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 verdammt da oben ist ein essig köstlich ob das mit dem glas geht nicht wir versuchen es noch ein letztes mal zu groß das müsste doch hier treffen mit dem glas nicht klärt schon wieder nicht damit die programmierer und sound vergessen langsam hier rüber die hintergeräusche sind auch schön verdammt nur zu blöd zum rüberklettern ein ein Das war's. Okay, ich greife nach dem Essighirn. Sehr schön. Das Essighirn ist da drüben. Wie können wir damit nach dem Knopf werfen? In dem Essighirn. Das hat aber lange gebraucht. Ah, ja. Der Deathcounter steht derzeit auf alle. Ja. Wahrscheinlich. Ne, der steht auf ja. Wie oft ist zweigig gestorben? Ja. Wir können das Hirn werfen. Ach du Scheiße, es lebt noch. Matsch. So. Oh nein, die schon wieder. Der Gesichtsausdruck ist auch wieder schön. Nein, sie hat uns genommen. Wie viele Tote hat es zweigig schon? Alle. Äh ne, nein. Ja. Ja. Wie oft willst du sterben? Ja. Ja. Hier muss ich warten bis er abhaut. Na, ob das was wird? Fremd. Hier runter. Fremd. Vielleicht müssen wir hinten unter die Spüle. hier. Das ist keine schlechte Idee. Wir müssen uns in der Art auf die andere Seite bringen. Sie geht jetzt rüber auf die andere Seite. Auf die rechte Seite. Können wir während sie da drüben ist. Hier mal. Das ist nicht die Spüle, aber unter diesen Schrank. Wenn es dann wieder rüber geht, dann können wir genau so. Was ist eine hässliche Fratze? Oder so. Die ist noch offen. Durch hier. Das ist ein Safe Point. Moment. Jetzt müssen wir auf den Tisch drauf. Wie kommen wir denn auf den Tisch drauf? Ach du Schreck. Da kommen wir hoch. Wir kommen auf den Tisch drauf, ohne dass er uns bemerkt. fach mich wie sie unter der Maske aussieht. Ich setze 50 Cent auf Sandwurm und 50 Cent auf Penis. Kommandant da spielt Wargwolf. Der lange Hals ist ja ziemlich beeindruckend. Ich glaube da müssen wir mal wieder warten bis sie weg ist. Die blickt uns hier doch. Achso wir können sie. Verdammt. Können sie ablenken. Indem wir die Dinger umschubsen. Versuch es mal trotzdem hier. Ganz ruhig. Wie haben sie weggeguckt können wir hier. Über den Tisch. Sehr schön. Nein. Sie hat uns. Ja. Verdammt. Knappe Sache. Verdammt. Das warum werfen wir hier nicht so klug? verdammt die richter uns nicht bewegen nicht bewegen ich habe eine chance ja die unterrichtet irgendwie alles sehr schön gehen wir rüber hier auf die andere seite ich darf vielleicht lang wo ist wirtschaft die beste wirtschaft sehr schön das regal hier nicht wieder umfallen durch hier geht sonst habe ich nicht mehr ist wieder hammer und diese mission ach du scheiße überraschungseimer müssen wir mit dem hammer auslösen ja es wird uns vielleicht zwischen denen als ob der mädt auch die gegner weg und müssen wir hier schnell stellen haben wir fallen was und dann machen das und weg als ob ein kinder überraschung sei mehr ja gut als ob ich war doch dahinter wird sie werden ab 20 uhr nicht besser natürlich ist auch nicht aufmerksam gemacht das hoffen dass der einmal frühzeitig kommt ok verdammt im tisch gehauen wir hätten wir getroffen wenn ich gegen den tisch gehauen hätten ach mist sie ist gerade noch mal eine wiederholung über das stream hat müssen die lehre verdammt immerhin so kommt 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 verdammt wie soll man den kriegen zweiten kollegen hier alter ist doch auch nicht wahr oha hammer weitwurf hammer weitwurf und jetzt hier verdammt dieser scheiß tisch dort im weg wenn der nicht wäre ich hau da mal wieder gegen den tisch hier und weg hier der kommt aber spät der eimer leck mich doch am arsch wie das gerade eben funktioniert hat ach du scheiße das war ja wirklich wenn das jetzt funktioniert hätte sehr schön da kommt noch einer als ob ich wollte schon aus meine fresser ja die action sequenzen sind hier wirklich unangenehm sie hat erst den eimer ausgelöst ach du schande wenn wir daneben hauen dann wir haben sie uns und das sind eben alle tote das haut schon irgendwie hin ich probiere hier wirklich alles aus das ist an den möglichkeiten zu sterben wenn ihr ausgetestet das kann hier das wird ja alles 100 prozent let's play hier ich zeige euch alle tote die möglich sind so dumm sie auch sein mögen manche kommen auch doppelt und dreifach dran manche kommen auch vier oder fünf mal dran manche zehn zwölf mal je nachdem ich wirk drauf habe es ja alles absicht hier pure absicht das war ja mal wieder nix aber der hammer hat der hammer hat er gut gepaukt in dem mono der hammer den hammer haben sie gut gepaukt sehr schön und jetzt dich habe ich und dich jetzt da kommt bestimmt noch mehr ich nehme den hammer nochmal mit zur sicherheit hallöchen und hallöchen verdammt dann bitte hier ein save point dankeschön der nebenschlang ist hier nicht so toll und komm 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 sehr gut kommt noch ein dritter hier vielleicht da steht doch einer nein hinter mir verdammt der nebenschlang ist keine gute idee oh nein na komm das schaffen wir hier noch im heutigen stream ich wollte um 21 Uhr Schluss machen schauen wir mal ähm ähm schauen wir mal schauen wir mal wie weit wir hier noch kommen wie lange ich das hier noch durchziehe nicht daneben schlagen meine freize meine freize morgen tagesschau markiert maskiert der mann zu drummert die köpfe von schülern mit einem vorschlag haben wir waren videospiele die schuld ja die verdammten spiel videospieler die machen unsere kinder aggressiv wir machen nicht aggressiv nein gar nicht kommst du da rauf als optik ist es ich habe eine optik das ist der standard so weit weg knick in optik dann muss da hier noch ein bisschen warten muss da noch also wie viele familien schon wegen marika marken mario kartmann ist wahrscheinlich ausgelöscht wurden alles wegen maincraft hitler ja ich will nicht mehr sehr schön komm her sehr schön ich glaube dabei ist der hier in der kam erst mal aus dem schrank einer nein nicht daneben hauen verdammt aus einmal daneben und alles vorbei so was eine flasche ausgesoffen wenn man den hammer übersieht und einfach so lang läuft dann ist man hier geliefert sehr schön jetzt hier schön zielen sehr schön und du als nächster nice bitte nicht noch einer ich glaube es nicht es klang als hättest du die flasche verprügelt und geschändet pet flasche halt das klappern ist ein bisschen lästig ich kann einmal verprügeln okay ähm mobbing opfer verdammt hier ist unser hammer ich will hammer in the morning tötet die mobber hammer kaputt tötet mich nicht ach so das ist unser kumpel das ist gar keiner von denen haben wir ihn wieder gefunden und weil sie sich auch noch tötend tötend hat heute geht's gemeinsam raus aus der schule sieht fast so aus ohne schultoilette sehr schön angenehm komm hoch damit und raus hier wir sind aus der schule raus juhu ab ins nächste gebäude ähm ich weiß nicht wo wir hier ein spiel wo wir hier einen spielspeicherstand haben ist alles auto safe aber da wir jetzt aus der schule durch die schule durch sind würde ich dir mal gerade sagen mach ich hier schluss für heute wir sind ja schon ziemlich weit gekommen spießt voll unrealistisch schultoiletten sehen nie so sauber und england aus ja ähm wir haben ja jetzt hier schon zwei stunden 30 ja mit 10 10 minuten sieben minuten acht minuten vor screen so knapp zwei stunden 30 vom spiel haben wir hier schon gespielt ja ähm im nächsten stream machen wir es am sonntag machen wir es zu ende wahrscheinlich ne wahrscheinlich nicht ähm hoffentlich nicht so wenig spielzeit wird es hoffentlich nicht haben wird hoffentlich noch ein paar streams länger dauern vielen dank und gute nacht ja ähm ich hoffe ihr habt jetzt keine albträume heute nacht wenn dann nur kleine albträume ganz kleine albträume und nur zwei nicht so viele sondern nur zwei ganz ganz kleine albträume zwei kleine albträume zwei so ungefähr also ähm ja ich gehe mal zum hauptmenü können wir gerade mal neustadt vom betreuen können wir probieren dann müssten wir es zum hauptmenü wir können es gerade mal testen dann wissen wir wo wir nächstes mal weiterspielen spiel laden können wir hier schule weiterspielen wir schauen mal ah ja sehr schön lasst ein lasst ein follow auf twitch da schaut auf twitch vorbei das treme ich das ganze ähm wahrscheinlich nicht mehr wenn ihr die auf aufzeichnungen seht aber wenn die parts seht aber was anderes wahrscheinlich batman oder irgendwas fast tägliches streams auf twitch schaut vorbei und hat einen tollen tag tollen abend eine tolle nacht ja bis dann und ciao für youtube und